Hi und willkommen zur heutigen Folge Destiny 2. Schön, dass du in diesem Video mit dabei bist. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die meine letzten Videos angeschaut, kommentiert oder bewertet haben. Ja, ich war aufs Rune noch ein bisschen angeln und konnte zwei exotische Fische an Land ziehen. Und wir wollen mal zusammen schauen, was dabei rauskommt, wenn wir die freilassen. Der Zwillingsna, ein Beinschutz. Oh, ein Aszidentenbuchstück und Handschlag des Lügners, Panzerhandschuhe. Dann lassen wir die drei legendären auch gleich noch frei. Noch eine weitere Exo, Lord der Wölfe. Und dann haben wir noch 39 Fische, so. Die hauen wir auch noch raus. Dann schauen wir ins Inventar mal rein. Handschlag des Lügners. Rüstungspirk, Gegenschlag. Benutzt du deine Akkus Nahkampffähigkeit oder wirst von einem Nahkampfangriff getroffen, kannst du einen sehr mächtigen Nahkampf Gegenschlag nachsetzen, der dich heilt. Mhm. Klingt interessant. Könnte ich mir vorstellen, dass ich die demnächst mal benutzen werde, um zu schauen, wie die sich macht. Dann haben wir hier noch den Zwillingsna gekriegt. Mit dem Rüstungspirk, ihre Führung. Ausweichen nimmt nahen Feinden die Orientierung und entfernt zeitweise ihr Radar. Ja, klingt jetzt nicht so interessant. Lord der Wölfe, eine Schrotflinte. Eine exotische... Cool. Design gefällt mir sehr gut. Schrapnellwerfer feuert eine wuchtige Kurzdistanzsalve aus Solarschaden aus. Könnte man mal anspielen. Sieht interessant aus. Ja, für die heutige Folge kehren wir nochmal zurück auf Savatuns Thronwelt. Ich habe noch einige Quests dort offen. Und wir starten direkt in die Erhaltung rein. Hüter, du wirst in der Thronweltpyramide gebraucht. Seit dem Tod des Schülers des Zeugen namens Rulk ist der Hohn völlig außer sich. Sie wollen uns die Pyramide nehmen und ihre Macht nutzen, um die Thronwelt für sich selbst zu erobern. Ein letzter verzweifelter Versuch, eine Schlacht zu gewinnen, die sie bereits verloren haben. Es wäre besser, wenn es dabei bleiben würde. Es wäre besser, wenn es dabei bleiben würde. So, und da sind wir auch schon voll in die Mission reingestartet mit der Waffenauswahl. Waffenauswahl aktuell war ich nicht oder bin ich nicht so zufrieden an den Granatwerfer hier. Muss ich mich auch erst gewöhnen. Wir gehen mal auf den Sparrow. Wir müssen Resonanzruhen sammeln. Wechseln. Das war's. Ich hab keine Spezial-Munition. Okay, wir müssen diese Dinger hier einsammeln. Und hier haben wir noch einen. Hier hinten liegt noch einer. Jetzt bin ich ein kleines bisschen verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Wir hobeln das Wissen. Übersprudelndes Wissen. Jetzt sind sie verschwunden. Was hat's mit dem Ding hier auf sich? Hier liegt noch so einer rum. Jetzt. Was hat's? Nee, die Waffe gefällt mir nicht. Was hat's? Was hat's? Was hat's? Was hat's? Wie's ausschaut, kann ich nur eine gewisse Anzahl von denen sammeln. Wieder zurück zur Maschine. Was hat's? 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 Wirklichkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gut, immer 3 an der Zahl, wir gehen wieder zurück Da hinten liegt auch noch einer Perfekt Gut, immer 3 an der Zahl, wir gehen wieder zurück 1 2 Der dritte Schön viele Sammelaufgaben Auf der anderen Seite liegt noch einer Das sollten jetzt alle sein So, ich rüsste mal die Gläfe aus So, ich rüsste mal die Gläfe aus So, ich rüsste mal die Gläfe aus Ja, da oben haben wir einen auf jeden Fall 1 2 Naja, das reicht nicht Verdammt Den habe ich verkackt Das waren alle Wieder abgeben und weiter geht's 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 7 7 9 6 6 7 7 7 7 8 9 9 8 9 9 10 10 10 10 10 11 10 11 10 11 13 11 12 11 12 13 15 15 gut das war die letzte passage wir sind jetzt im inneren von der pyramide so wie es ausschaut ja die versunkene pyramide vom hohen hier können wir voll durchbrechen so wie es ausschaut hier geht es nicht weiter ich habe das gefühl eigentlich sollte hier was triggern hier unten geht es weiter was die knochen cool schaut so aus definitiv einfach nur cool wir sind wieder drin aktivieren das kann ich aktivieren es schaut nach einem rätsel aus okay let's go oh mal ja 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 hmm wieder Menge Das war's. Da könnte ich auch rein. Hier komme ich nicht rein. Hier auch nicht. Wow. Ist so riesig gestaltet alles. Häftig. Das war's. Das war's. Das war's. Was hat's mit diesen Zeichen hier auf sich? Das war's. 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 Das war's.